Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Sie haben nichts Unrechtes getan. Was Sie mit Ihren Medizin und Forschungen erreicht haben, dafür werden Ihnen Kompetenzer zur Dankbar sein. Ich übernehme für alles die volle Verantwortung. Anders kann er das nicht machen. Er ist nicht in der Punktanlage. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Besuchen Sie ihn! Ich will Fegelein sehen! Savant! Wenn er sich ohne Befehle entfernt hat, ist er Fahnenfrucht! Verrat! Bereiten Sie mir Fegelein! 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 Fegelein!